Wie nehme ich eigentlich die Schussversalze am besten ein? Diese Frage möchte ich Ihnen heute beantworten. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Katrin Wild, Heilpraktikerin und Sozialpädagogin mit Praxis in Münster. Es gibt drei verschiedene Arten, die Salze einzunehmen. Die möchte ich Ihnen eben vorstellen. Variante 1 ist trockene Gabe, nenne ich es. Das heißt, Sie nehmen die Tablette, legen es unter die Zunge, die Zunge warten kurz, die löst sich auf, über die Mundschleimhaut. Und das war's. Gehen wir mal Beispielheft davon aus, Sie nehmen die Nummer 3, Eisen, und Sie wollen 10 Stück am Tag nehmen. Dann nehmen Sie nicht alle 10 auf einmal, das bringt nichts, sondern Sie nehmen nach und nach, ungefähr im Abstand von einer Viertelstunde, können aber auch Stunden sein, machen Sie sich da keinen Druck. Sie haben eine Tagesration und irgendwann nehmen Sie sie ein. Nach und nach immer wieder eine Tablette. Nehmen Sie zwei verschiedene Salze oder drei verschiedene Salze oder vier verschiedene Salze, können Sie die als Serie wohl gleichzeitig nehmen. Das heißt, Sie nehmen die exemplarisch die Nummer 1, die Nummer 3 und die Nummer 5 gleichzeitig in den Mund, eine Viertelstunde später wieder alle drei gleichzeitig. Das können Sie machen. Nur nicht alle auf einmal, weil dann verschenken Sie nur Geld. Sie erkennen an der Art, wie sich das auflöst, ob Ihr Körper dieses Salz an diesem Tag oder in diesem Augenblick braucht oder nicht. Das heißt, wenn Sie das auflösen lassen und es geht ratzfatz weg und schmeckt auch noch ganz toll, dann ist es ein Zeichen, dass Ihr Körper das Salz wirklich braucht. Wenn Sie das unter die Zunge legen und es pappt Ihnen da unten rein oder schmeckt nicht gut, ist es ein Zeichen, dass Sie es heute nicht brauchen oder generell nicht brauchen. Das müsste man dann nochmal schauen. Variante 2 ist, wenn Sie viele Salze am Tag einnehmen, dann schafft man das oft nicht, eine Kunst, die alle zu lutschen. Zudem ist es ziemlich viel Milchzucker. Milchzucker regt die Verdauung an. Das heißt, es macht auch nur Sinn, wenn Sie eher zur Verstopfung neigen. Sie nehmen ein Glas, schütten Sie ungefähr so viel Wasser rein, dann alle Tabletten hinterher, warten Sie 20 Minuten und dann ist das aufgelöst. Unten setzt sich der Milchzucker ab, den können Sie am Abend wegschütten und oben sind die Mineralstoffe im Wasser drin und dann nippen Sie über den Tag verteilt immer mal wieder einen kleinen Schluck, kurz im Mund lassen, es wird über die Mundschleimhäude aufgenommen und dann runterschlucken. So können Sie das verteilt über den Tag machen. Ein Nachteil ist, dass Sie nicht wissen, welches Salz brauche ich eigentlich und wie viel davon brauche ich. Deswegen empfehle ich, wenn Sie morgens die Ration rauszählen, dass Sie eine Tablette von jeder Nummer einmal kurz in den Mund nehmen und über den Mund aufnehmen und die restlichen schütten Sie dann rein, entsprechend so, wie Sie es aufgelöst haben. Sie werden ein paar Tage brauchen, aber mit der Zeit werden Sie da Profi und wissen, wie viel und wie der Körper bei was reagiert. Es macht nicht unbedingt Sinn, je nach Hersteller, Sie können nicht Hersteller miteinander vergleichen, das heißt, bleiben Sie in Ihrer Nummer, wenn Sie vergleichen, wie viel brauche ich. Das heißt, wenn wir die Nummer 3 haben, vergleichen Sie die Nummer 3 Tag für Tag und nicht die Nummer 3 mit der Nummer 12 vergleichen. Das klappt nicht zwangsläufig und je nach Hersteller löst Sie es auch unterschiedlich schnell auf. Aber Sie werden ein Gefühl dafür kriegen und dem können Sie trauen. Wichtig ist mir, wenn irgendwelche Symptome kommen, die Sie nicht kennen von sich oder emotionaler Art, die Sie nicht kennen, setzen Sie die Salze ab und klären Sie es ab mit demjenigen, der es Ihnen verschrieben hat, um zu schauen, was ist da eigentlich los. Und nehmen Sie es nie einfach nur als Pflichtgefühl, sondern nehmen Sie es immer nur dann, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen es. Weil, wie gesagt, das ist nicht ein Gefühl, sondern Sie können sich da trauen, Sie wissen das besser oder Ihr Körper mit Ihnen zusammen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass Sie die Nummer 2 und die Nummer 6, wenn Sie die nehmen, nur vormittags nehmen, die machen fit. Das ist nicht so vorteilhaft, wenn man die später am Tag nimmt, dann können Sie wahrscheinlich nicht mehr gut einschlafen. Oder Menschen, die empfindlich dabei sind, können nicht mehr gut einschlafen. Das kann bei der Nummer 3 auch passieren. Also schauen Sie ein bisschen, wenn Sie unruhig ins Bett gehen und nicht einschlafen können, gucken Sie, dass Sie vormittags die Salze nehmen und den Nachmittag keine Salze mehr. Und die Nummer 10 nimmt man nachmittags oder abends. Haben Sie Fragen dazu? Oder irgendwelche Kommentare? Gefällt Ihnen mein Post? Schreiben Sie mir unten rein, freue ich mich sehr. Wenn Sie alles noch einmal nachlesen möchten, schreiben Sie mir, schicken Sie mir Ihre E-Mail und bekommen Sie das Sheet von allem, was ich Ihnen heute erzählt habe. Ich wünsche viel Spaß bei der Einnahme. Danke. Danke.